Oh, der hat Iron. What the fuck? Er hat mir mit einem Hit... Oh, Junge, mir halbe Herzen. Hey Leute und willkommen zu einer Super Secret Settings Survival Games Aufnahme mit Nexotec HD. Yo. Ich erkläre euch das Ganze mal. Wir spielen hier auf der 1.7.2 und hier gibt es diese Super Secret Settings. Wir werden jetzt unsere Augen schließen bis einer Stopp sagt. Für so lange halt. Und dann werden wir in diesen Super Secret Settings spielen. Das ist halt so ein Spaßfaktor, damit wir auch nicht immer nur ein normales Survival Games unten bringen und dann halt irgendwas da drin haben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Yo. Wir schließen unsere Augen, klicken jetzt die ganze Zeit mit Links hier drauf. Wir wissen jetzt nicht, wie wir hier aussehen. Sag mal Stopp, sag mal Stopp irgendwann. Stopp. Bei mir ist alles ganz normal. Bei mir auch. Ich hab normal. Durch mein Steuerkreuz. Ist ein bisschen anders. Yo, bei mir auch. Und im Hintergrund so rauschen, so komisch. Hm, so ein bisschen. Ich hab zwei Eisenbahnen und einen Bogen. Okay, boah. Oh ja, geil. Und die Hintergrundmusik ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich hab alles ausgemacht. Ja, also so komisch. Ich hoffe mal, ich hab überhaupt Minecraft Sound. Doch, so ist gar nicht... Boah, Junge, das ist schon ein bisschen komisch. Also wenn ihr wollt, dann können wir auch noch öfter solche Aufnahmen bringen. Ja, also ich hab gerade auf 1.7 geupdatet, um das mal zuzugeben. Ich kannte das auch noch gar nicht. Was er hat mich auf die Idee gebracht. Ja, ich hab auch erst seit heute die 1.7.2. Ich hab ein Steinschwert. Ja, nice. Hast du Sticks? Bonus, Sticks, warte. Nee, noch nicht. Vier Falte. Okay, aber die Welt lädt sich in der 1.7.2 wirklich schlecht. Echt? Das hab ich... Also bei mir lädt sich die nicht so gut. Also ich hab das aber auch schon in anderen Videos gesehen. Also in... Oder in... In Zombies Livestream, glaub ich, oder so. Der hat da auch gesagt. Bei ihm war das genauso. Bei mir lädt der war ich ganz gut. Also... Nee, doch nicht. Doch nicht, oder? Warte. Oh, ich hab ein Goldschwert jetzt übrigens. Nee, ist lädt scheiße. What the fuck, bist du das hier? Ja, das bin ich. Weil du dir eine Kiste nicht genommen hast, dachte ich... Willst du das Holzschwert? Ähm... Ja, ich hab ein Goldschwert. Das ist mir sicher. Okay. Sieht voll fett aus, so. Bei mir sieht das irgendwie voll komisch aus, so komisches Rauschen. Ja. Ich hab's dich... Ich hab voll die übelsten Konturen, so, ne? Ja, bei mir auch, aber so... So mein N von... von meinem Skin hast du... Hast du auch so ein Viereck oder so ein Quadrat halt in der Mitte? Mhm. Da haben wir genau das gleiche vielleicht sogar. Ja, wir haben auch genau gleich schnell... Naja, okay, hast recht. Na, wer weiß, also wir haben ja alle... Ja, wir haben ja auch nicht auf die Millisekunde genau, äh... Oder wir haben nicht unterschiedlich... Wir haben auch unterschiedlich schnell geklickt, zum Beispiel. Okay, aber sieht trotzdem komisch aus. Mhm. What the fuck? Das hab ich... Hier ist Steinschwert. Hier ist Steinschwert. Ich hab schon eins, ich hab schon eins. Achso, oh, hab ich nicht gepasst. Ich hab, ähm... Vorhin, als ich die ganzen Teile mal durchgegangen bin, um so zu gucken, was es noch alles gibt, da hab ich diese gar nicht bemerkt. Also, ich hab mir jeder Einzelnen wirklich angeguckt, aber die hab ich nicht gefunden, irgendwie. Ja, wenn man so durchscrollt und das war wahrscheinlich nichts Spektakuläres, da dachten wir dann, das wär's ganz normale. Zumindest hab ich das mit dem... Ach, oder liegt das mit dem Steuerkreuz am Texture-Pack? Warte. Das kann auch sein, weil ich hab vorhin kein Texture-Pack. Ich versuch mal wieder... Ich versuch jetzt mal gerade irgendwie wieder aufs Default zu kommen. Ja, bin ich jetzt. Und da... Ja, das liegt am Texture-Pack. Aber die... Ich hab jetzt die Vault gemacht. Ja, da haben wir wahrscheinlich doch was anderes. Ja, du siehst aber immer noch fett aus. So. Gehen wir... Oder wollen wir in diese Höhle da rein mit diesem übelsten Mega-Jump-and-Run? Nein, Mann. Doch, ich mach das. Nein, hör auf. Doch, ich mach das. Wir wollen gewinnen in der Runde. Ja. Ja, haben wir solche Fire-Protection-Schuhe. Ja, die bringen dir auf der Welt nichts. Egal. Wie du siehst, hat er hier ist nur Wasser. Fire-Protection auf Wasser. Da, am Spawn ist jemand. Ja, komm, dann machen wir den fertig und danach holen wir die Schuhe. Oh, der hat Iron. What the fuck? Er hat mir mit einem Hit... Oh, Junge, mir halbe Herzen. Ja! Jawohl! Geil! Wir freuen uns hier gerade ein Keks, weil wir zu zweit gegen einen gewonnen haben. Hier. Oh, noch eine Chessblade? Geil. Nein, nur eine. Ach so, danke. Ich hab aber das Eisenschwert. Hier, hast du Erfahrung? Ja, ich hab ein Level. Wo ist denn dein Schatt? Weiß ich nicht. Ähm, okay, ich hab jetzt ein Ding ins... Hast du eine Chessblade übrig? Nee. Auch nicht. Okay, ähm... So, wir holen uns jetzt die Goldschuhe. Ähm, ja, ich wollte eigentlich auch machen. Ich will den Enchant. Wo ist der Enchant? Ja, google doch schnell. Will der Enchant heißt? Ja, ich bin im Vollbildmodus. Ich hab nur ein Bildschirm. Leider geht das nicht. Ach so, im Vollbildschirm. Nimmst du mal auf? Ja. Ja, ich hab lieber schwarze Ränder. Das hat mehr Style. Nein. Doch. Weil meistens skaliere ich das sogar ein bisschen so, dass es dann keine schwarzen Ränder mehr hat. So, da unten, da ist die besagte Höhle mit den Feuerschuhen, von denen ich die ganze Zeit rede. So. Nein, wow. Vielleicht stirbst du nicht beim Hochkommen, sondern beim Runterspinnen. Ja. So. Okay, ähm, ich hab vier Pfeile, jawohl. So, hier bin ich schon mal. Ich hab jetzt 16 Pfeile. Ja, geil. Und Fire Protection. Ja, okay, aber jetzt musst du wieder hochkommen. Ich hab das schon so lange nicht mehr gemacht, ne? Jetzt hier in der Aufnahme. Ich könnte jetzt gar keinen Jump'n'Run machen, weil meine Leertaste ja irgendwie rumspinnen. Wow. Hier oben ist einer. Hier oben war einer über dir. Ich greife ihn von hinten an. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Im Wasserkampf. Wasserkampf, Wasserkampf. Wasserkampf. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Jawohl, ich hab ihn getötet. Und jetzt ist der Jetschmerant. Ja, ich kann halt Deutsch. Das Match fängt jetzt an. Jawohl, ich hab ihn getötet. Junge, geil. Und ich bin tot. Wie, du bist tot? Ich wurde von irgendeinem Bastard runtergeschubst wieder. Ist da unten einer? Ja, da war einer. Höch? Vielleicht sneaked er irgendwo. Bestimmt. Alter, zu dem gehe ich jetzt runter. Was, ich spektiere dich. Ja, du darfst aber auch nicht vorsagen, das ist Ghosten. Okay, dann sag ich nix. Ist er da unten? Ich glaub, nee, hier ist gar keiner. Ich seh zumindest gar keinen. Hier ist sogar keiner. What the fuck? Alter, okay. Jetzt ist das Match, Leute. Das müssen wir jetzt gewinnen. Ansonsten sieht's kritisch aus für uns. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab null Herzenschaden bekommen. Fickt euch doch. Komm, 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 komm. Von beiden Seiten werde ich angriffen. Ist klar, Alter. Ich hab meine Settings mal wieder zurückgesetzt. Jawohl, der geht auf den, der geht auf den, der geht auf den. Ejo, wie viele Herzen hast du? Anderthalb. Scheiße. Nein, der schießt auf mich. Er schießt. Hilfe. Die kämpfen gegeneinander. Komm, wir gehen auf den, jawohl. Komm, wir. Du machst erst mal Team mit ihm und so, ne? Ganz chillig. Komm, 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 komm. Oh, ich merk' gerade, ich hab gar nicht aufgenommen. Nein. Jawohl, ich hab den ein, ich hab den ein. Nein, ich hab noch vom Livestream, hab ich noch ausgeschaltet, dass er eine Datei schreibt, sondern dass er einfach nur ingame so capturen soll. Für den Stream halt, ne? Sonst hat er es die ganze Zeit nur so. Komm, 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 komm. Jawohl, 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 ich hab gewonnen. Geil. Nice. Jawohl, Leute. Das war eine gelungene Runde mit den Super Secret Settings. Ich, ähm. Guck mal hier drauf. Guck mal, Leute, guck mal, Leute. Jetzt, jetzt ist es zum Beispiel so. Es gibt also wirklich verschiedene Sachen hier. Das wäre natürlich auch geil gewesen, finde ich. Das nächste Mal müssen wir gucken, ob das mit dem Textrapack irgendwie, ähm, wieso das so buggt oder ob man das irgendwie anders hinbekommt. Müssen wir gucken. Oder ob ich dann einfach das, äh, normale Textrapack nehme. Ähm. Joa, warte, ich mach jetzt wieder normal. Ach, jetzt bin ich übersprungen. Ähm. So. Das ist nicht normal. Das ist... Das ist normal. Ne, das ist nicht normal. Ähm, das ist normal. Okay. Joa, da müssen wir gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen mit dem Pfeil da vorne. Ihr seht den ja jetzt genau in der Mitte des Bildschirms. Ähm, ansonsten war das eine gelungene Aufnahme. Wir werden jetzt noch eine zweite für, äh, Nexter KD aufnehmen. Und, ja. Dann... Sehen wir uns, äh, hoffentlich in, äh, seiner Aufnahme-Video. Schaut auf seinem Kanal vorbei. Da findet ihr die Aufnahme dann zum gleichen Zeitpunkt. Werden wir die dann wahrscheinlich hochladen. Und... Joa. Joa, dann seht ihr eine zweite Aufnahme auf seinem Kanal. Nexter KD. Und, ja, danke fürs Zuschauen. Bewert doch mit einem Daumen nach oben, falls euch diese Folge gefallen hat. Und falls ihr mehr sehen wollt, ähm, schreibt auch irgendwas in die Kommentare. Und da waren noch irgendwelche anderen Ideen, die man, äh, durch die 1.7.2 jetzt in irgendwelchen Survival Games-Runden oder irgendwelchen anderen Runden benutzen kann. Ähm, ansonsten war es das für die Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, falls ihr bald wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.